Sexlose Männer machen alle diesen Fehler. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Dein Podcast, um nicht nur die Frauen zu erobern, die du wirklich willst, sondern auch zu behalten. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach für Männer mit Herz und mit dabei an meiner Seite unser Coach für Selbstbewusstsein, unser Experte Dominik van Arbe. Yes. In dieser Folge geht es um diese eine Eigenschaft, die du brauchst, die du kultivieren darfst oder vielleicht hast du sie sogar schon, die dazu führt, dass du all deine Träume mit Beziehungen, mit Frauen erfüllen darfst, erfüllen kannst. Wir machen das seit über zehn Jahren, darum unbedingt aufpassen, denn du wirst dich 100% auch in diesem Fehler gleich wiederfinden. Also über all die Jahre hinweg, da haben wir etwas herausgefunden. Bei den Männern, die wir betreuen, die wir in unserem Coaching haben, die haben alle die gleiche Eigenschaft, wenn es darum geht, dass sie nicht mehr alleine aufwachen möchten, wenn sie endlich mal wieder auch sexuelle Abenteuer erleben möchten. Und diese eine Eigenschaft, die zieht sich einfach durch wie, wie sagt man, wie ein roter Faden, wie so ein Geschwür im Verhalten dieser Männer. Und wir, wie sagt man, wir halten dich auf Spannung, nee, wir spannen dich auf die Folter gerade ganz bewusst aus diesem Grund und umschreiben dieses Verhalten gerade noch ein wenig, weil wir möchten, dass du dich da erstmal selber drin wiedererkennst, bevor wir es dir direkt sagen und du dann sagst, ja, ja, nee, habe ich nicht. Das Verhalten, das lege ich gar nicht an den Tag. Bei mir ist genau das Gegenteil. Weil genau das ist nämlich das, was die Männer sagen, die entsprechend nicht den Sex haben, nicht die sexuellen Abenteuer, nicht die romantischen Abenteuer, die sie gerne haben möchten, die Männer, die zu uns kommen in die Betreuung und was sie dann entsprechend am Ende der Betreuung oder im Laufe der Betreuung dann aber auch haben. Sie haben dann diese sexuellen Abenteuer. Und dieses Verhalten, das ist etwas, das ist sehr von Angst überdeckt. Weil wir glauben halt sehr oft, wenn wir dieses Ziel haben, wenn wir dieses sexuellen Abenteuer haben möchten oder mehr Sex generell haben möchten, dann ist das nicht erlaubt. Dann ist das so etwas, also generell, Sex ist etwas Verbotenes. Wir sollten da auch überhaupt nicht drüber sprechen und ganz besonders auch nicht mit Frauen drüber sprechen. Und das ist halt sehr oft der Grund, warum viele Männer zum Beispiel auch in der Nice-Guy-Schiene landen, weil sie auch keinen Kontakt zu ihrer eigenen Sexualität haben, glauben, dass Sex etwas Schlechtes ist, glauben, dass Frauen auch keinen Sex wollen oder auch so, ich weiß noch, vor 15, 20 Jahren, als ich mit meiner Reise begonnen habe, da mein Gedanke war, mein Glaubenssatz war, Frauen tun Männern ein Gefallen damit, mit Sex. Und das ist so verschroben, ganz, ganz verrückt. Wenn sie das machen würden, also macht ja gar keinen Sinn, dann würde ja in der Tierwelt, würde sich ja vielleicht da auch einfach nichts fortpflanzen, aber auch wir Menschen, also seit Beginn der Zivilisation, hätten uns ja auch dann nicht fortgepflanzt. Also dieser Glaubenssatz macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber ich weiß noch, dass ich ihn damals hatte und ich weiß, dass viele Männer, die zu uns in Betreuung und Coaching kommen, dass sie diesen Glaubenssatz haben. Weil, also das Thema Sex ist einfach so sehr mit dieser Angst behaftet, dass sie das nicht dürfen, dass es etwas Schlechtes sei. Und dann gibt es aber auch, um jetzt noch gar den Satz dazu zu fügen, es gibt auch die Männer, die über Sex dann zum Beispiel sehr vulgär reden. Also halt so komplett das Gegenteil davon, das diametrale Gegenteil. Und dann einfach in der Öffentlichkeit so sehr, sehr laut, vulgär sind und so weiter. Und dann für die Männer, die eher in der zurückhaltenderen Ecke sind, die wollen mit den Männern auch nichts zu tun haben, die fühlen sich sehr unwohl in der Umgebung mit diesen Männern. Die wollen auch nicht irgendwie gesehen werden mit Männern. Die wollen nicht in Verbindung gebracht werden mit diesen Männern, die halt sehr vulgär über das Thema sprechen. Und beides ist im Prinzip eine extreme Form der Unsicherheit, wenn es um Sex geht. Gerade die vulgären Männer, die haben vielleicht hier und da ein bisschen mehr Sex, was das angeht. Aber sie haben da trotzdem noch eine so große Unsicherheit da drin, dass sie das quasi wie ein Schwert nach außen tragen. Und weil sie halt so offen darüber sprechen, über das Thema Sex, darf halt niemand oder soll halt auch niemand erfahren, dass sie eigentlich da eine so große Unsicherheit mit sich haben. Und in dieser Folge wollen wir dir den Weg aufzeigen, wie du mit dieser Unsicherheit umgehst, wie du mehr Sex in deinem Leben hast und vielleicht dann auch den Glaubenssatz auch ein wenig runterfährst oder vielleicht sogar abstellst. Ja, der Glaubenssatz hält dich die ganze Zeit... Wir haben unterschiedliche Glaubenssätze, die uns davor abhalten, Sex zu haben, okay? Weil wenn wir wirklich einmal einfach die Fakten anschauen, was ist denn wirklich der Grund, warum du heute Nacht nicht mit einer Frau, die dir gefällt, einschlafen wirst? Dann kannst du noch so sehr Studien auspacken von wie viele Frauen auf Tinder mittlerweile nur noch einen bestimmten Prozentsatz an Männern rechts swipen oder wie sich das sexuelle Paarungsverhalten unter Menschen in den letzten 40 Jahren gewandelt hat und, 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 und. Die Tatsache, dass du dir all diese Studien anschaust, ist der Grund, warum du keinen Sex hast. Macht ja auch nicht besser. Einer der Gründe. Ich möchte dir auch ganz genau sagen, warum, weil das hört sich so lapidar an, aber am Ende zählt, wer handelt. Und derjenige, der alles überdenkt, der alles doppelt und dreifach studiert und der sich ganz, ganz sicher sein muss, bevor er handelt, der wird immer ausgestochen und ausgelotet durch denjenigen, der einfach sagt, scheiß drauf, ich mach jetzt einfach mal. Und das ist genau die Eigenschaft, die eben diese lauten Schreihälse, die Arschlöcher, die Möchtigern, Alphas nun mal besser machen als wir. Männer mit Herz, diese Eigenschaft, die wir haben, dass wir herzlich sein wollen, die wird überschattet durch unseren Kopf, der alles anzweifelt. Wenn wir sagen, wir sind Männer mit Herz, dann ist das nicht die akkurateste Beschreibung für uns. Wir sind Männer mit verkopftem Handeln. Und das Herz, das leiten wir uns dadurch ab, dass wir so sehr verkopfen. Das heißt nicht, dass wir nicht Männer mit Herz sind. Natürlich, unsere Ideen, unsere Ansprüche sind welche, die die Menschen um uns herum glücklicher machen sollten. Das ist unser Anspruch. Wir wollen für andere da sein. Wir wollen, dass andere Menschen durch uns einen Mehrwert erfahren. Wir möchten anderen nicht zur Last fallen. Wir wollen unsere Umwelt unterstützen. Auf uns ist Verlass. Das sind alles Eigenschaften von Männern mit Herz. Wunderbar. Aber die Tatsache, dass du nicht so weit bist, wie du es sein möchtest, liegt nicht daran, dass du ein Mann mit Herz bist. Es liegt auch nicht daran, dass du kein Assi bist oder kein Arsch oder kein Alpha, möchte gern, was auch immer. Es liegt daran, dass du diese Herzlichkeit so hoch stellst und alle anderen Eigenschaften abstellst und darüber nachdenkst, wo der Unterschied zwischen dir und den anderen ist. Und na gut, ich bin ja nicht so jemand und dafür bin ich so jemand und das liegt mir ja nicht und das kann ich nicht und ich bin nicht so gut im Smalltalk und na ja, wenigstens bin ich nicht so ein Prolet. Das sind alles verkopfte Gedanken, die dich stagnieren lassen. Und wenn du ein Mann mit Herz wirklich wärst, also ein Mann, der nicht so vernebelt ist durch seine Gedanken, also sagen wir mal ein effizienter Mann mit Herz, ein Mann mit Herz, dessen herzliche Aktionen auch funktionieren und ankommen in der Welt um ihn herum, der würde sich weniger Gedanken machen, ob das jetzt wirklich angebracht ist, herzlich ist, Assi ist, zu viel, zu wenig, der folgt seinem Herzen und seinem Herzen zu folgen bedeutet eben nicht, seinem Kopf zu folgen. Viele Worte, um etwas zu beschreiben, was man mit zwei Worten hinkriegt. Tu's, mach es. Jedes Mal, wenn dein Kopf sich einschaltet und sagt, ja, aber sie könnte sich dadurch gestört fühlen, jedes Mal, wenn dein Kopf sich einschaltet und sagt, ja, aber das gehört sich nicht. Das sind Gedanken, die dir in den Kopf gesetzt wurden von Menschen, die legitimerweise diesen Punkt aufbringen, weil es zu viele Männer und Frauen auf der Welt gibt, die eben auf andere scheißen, die eben tatsächlich versuchen, einen Vorteil zu erhaschen auf Kosten anderer. Diese Menschen gibt es, aber die Tatsache, dass du dir so viele Gedanken darüber machst, ist fehl am Platz, weil du gibst dir schon so viel Mühe. Das ist Perfektionismus. diese Anweisungen, wie man sollte Menschen nicht verarschen, die gelten für uns alle, aber die erfüllst du doch schon längst. Du brauchst dir nicht so den Kopf darüber zu zerbrechen, ob das jetzt wirklich eine gute Sache wäre, diese Frau gerade anzusprechen oder ob du sie jetzt in ihrem Alltag stören würdest. das hat nichts mit Herzlichkeit zu tun. Der Grund, warum du es nicht tust, ist Angst. Es ist nicht Herzlichkeit. Es ist nicht, weil du Respekt hast. Nein, nein, da müssen wir ehrlich sein. Es ist, weil du Angst hast. Du hast Angst davor, dass sie dich zurückweist. Du hast Angst davor, dass die Umgebung und andere Menschen dich dafür verurteilen. Es dreht sich also nicht um sie. Es dreht sich nicht darum, dass du für sie ein guter Mann sein willst. Es dreht sich darum, dass du für dich dein Bild von dir selber wahren möchtest. Ich darf auf keinen Fall gesehen werden, als jemand, der Frauen disrespektiert. Ich darf auf keinen Fall gesehen werden, während ich versage und mich blamiere und es peinlich wird. Du darfst auch nicht plötzlich im Mittelpunkt sein, plötzlich gesehen werden, plötzlich die Aufmerksamkeit bekommen, weil vorher ist ja alles okay, weil du nicht im Mittelpunkt bist, weil du in deiner eigenen Kopfwelt bist und dir darüber Gedanken machst, wie schön es wäre oder katastrophal es wäre, die Frau anzusprechen, so wie Andi jetzt gerade auch schon gesagt hat. Du bist nicht im Herz, du bist im kompletten Gegenteil, du bist im Kopf. Du machst es nicht für dich, du machst es nicht für sie, also du sprichst sie nicht an für sie, für euch beide, sondern du sprichst sie nicht an für dich, weil du der Angst nachgibst und damit nicht deinem Herzen nachgibst. Weil dein Herz sagt dir, guck mal, da vorne ist eine Frau, die dir gefällt. Ich klopfe ein bisschen schneller, damit dir das auffällt und dann sagst du, ah nee, ist nicht gut. Lass mal lieber abhauen. Ja. Weißt du, das Ego, das ist nicht nur den Möchtigern Alphas und den Arschlöchern da vorbehalten. Du bist genauso in den Krallen, in den Fängen des Egos gefangen. Das sind wir alle. Wir denken, wir wären was Besseres vielleicht, weil wir eben nicht andere farschen und ausboxen und so weiter. Was halt auch wieder Ego ist. Das Ego, 100 Prozent. Das Ego, das hat uns trotzdem. Und das Ego, das heißt dieses Selbstbildnis, Ego, Ergo, also Ego kommt von griechisch Ich, Ego heißt einfach nur Ich, das ist dein Bild von deinem Ich. Das bist nicht wirklich du, sondern es ist das Bild, das du von dir zeichnest, was du unbedingt möchtest, das die Außenwelt wahrnimmt und auch was du selber wahrnehmen möchtest. Ich bin ein Mann mit Herz. Ich bin jemand, der respektvoll ist. Ich bin jemand, der auf den Verlass ist. Das ist alles das Bild von dir selber und dieses Bild, wenn das zerstört werden würde, davor haben wir Angst. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass dieses Bild zerstört wird und deswegen ist es tatsächlich dir wichtiger, sexlos zu bleiben, die richtige niemals zu finden, Solange du ins Grab gehen kannst mit dem noblen Gedanken, wenigstens war ich kein Arsch. Aber die Tatsache ist, wenn du ehrlich mit dir wärst, müsstest du sagen, ich war feige. Und es tut mir leid, das zu sagen. Ich weiß, das triggert Männer. Aber die Tatsache ist die Tatsache, du hast Angst und es ist auch nicht schlimm, dass du Angst hast. Ich habe auch Angst. Du hast das Video gesehen, ich habe 53 Frauen nach einem Date gefragt und das ist passiert. Was jetzt schon über eine Million Views hat auf YouTube. Das ist eins, was immer wieder Männer, die zu uns kommen, die flirte.karismanalyse, sagen, ey, dieses Video hat mich zu euch gebracht. Cool, wunderbar. Aber du siehst ganz genau in diesem Video, dass ich Angst habe und ich spreche über diese Angst. Angst ist nicht, wofür wir uns verteufeln und verurteilen müssen, wofür wir uns schämen müssen. Aber die Tatsache ist, wenn wir irgendwann mal im Sterbebett liegen und nie die richtige gefunden haben, dann liegt das nicht daran, dass wir nobel waren, sondern dann liegt das, dass wir feige waren, mein Lieber. Es ist so. Es ist einfach so und du weißt es, du spürst es in deinen Knochen, dass ich da was angesprochen habe, vor dem du Angst hast. Du hast nämlich Angst davor, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, dass du doch irgendwo die Verantwortung trägst für deine Resultate. und dass es nicht nur an Frauen oder an der Gesellschaft oder an deiner Genetik oder sonst irgendwas liegt, sondern am Ende des Tages liegt es daran, dass du dich nicht getraut hast, in den Momenten, wo es darauf ankam, zu dir selber zu stehen, deinen Bedürfnissen zu stehen, mal Nein zu sagen, wenn du Nein sagen solltest. Du wurdest erzogen als derjenige, der immer lieb ist und zuvorkommt und anderen nicht auf den Schlips tritt. Und du hast immer gespürt, dass das nicht ganz die Wahrheit sein kann, dass da irgendwie was stimmt, dass dieser nette, junge, liebe Kerl nicht das bekommt, was er eigentlich will und da stimmt was nicht. Da kann doch was nicht stimmen, wenn andere, die sich nicht so sehr darum scheren, lieb, nett und zuvorkommend zu sein, trotzdem das bekommen, was sie wollen, aber du nicht. Und da hast du recht, da stimmt was nicht. Und da können wir noch so sehr den Finger zeigen und sagen, ja, meine Mutter und sonst jemand hat mir das falsch beigebracht. Es ist, wie es ist. Wollen wir es jetzt verändern oder wollen wir sagen, er war schuld, sie waren schuld und deswegen habe ich es nicht weit gebracht. Viele Leute entscheiden sich tatsächlich dafür. Ich nicht. Und das solltest du auch nicht. Weißt du, ich könnte diese Plattform des Podcasts auch nutzen, um dir gut zuzureden. Das machen viele. Das machen verdammt viele. Und die kriegen auch mehr Views als wir. Die sagen dir nämlich, ja, schau dir diese Statistik an, Frauen mögen Männer, die Alpha-Eigenschaften haben. Hast du sie nicht, hast du keine Chance. Das hier ist Luxmaxing, das hier ist die sexuelle Mating-Strategie von Frauen und wenn du diese Faktoren nicht erfüllst, hast du keine Chance. It's over. Könnten wir machen. Dann würdest du dich gut fühlen, würdest in die Kommentare schreiben, ich wusste es, ja, ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich habe 20 Jahre gebraucht, um das zu kapieren. Ja, du könntest all diese Informationen verschlingen und dich dann zurücklehnen in der Gewissheit, dass du nichts mehr tun musst, weil die Verantwortung liegt woanders und die Welt hat schon entschieden, dass du keine Chance hast. Ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere das nicht für dich. Ich akzeptiere das nicht für mich und ich akzeptiere das nicht für meine Söhne, wenn ich irgendwann mal Söhne haben werde. Das ist nicht akzeptabel, dass dir jemand anders vorschreibt, aufgrund von irgendwelchen äußeren Faktoren, dass du keine Chance hast. Solchen Sachen musst du den Mittelfinger zeigen und sagen, selbst wenn alle anderen in diese Kategorie reinfallen, bin ich die eine Ausnahme und ich werde nicht zulassen, dass das bei mir passiert und ich werde nie aufgeben. Und dafür falle ich auch auf die Schnauze und es ist mir scheißegal. Ich falle so oft auf die Schnauze, bis mir meine Schnauze nicht mehr wehtut, wenn ich drauf falle und dann kann ich so oft auf die Schnauze fallen, dass ich nicht mal mehr merke, dass ich auf die Schnauze gefallen bin und irgendwann steht sie vor mir und aufgrund dessen, dass ich schon so abgehärtet bin, werde ich mit einem Lächeln vor ihr stehen können, weil ich mich nicht mehr auf den Schmerz konzentrieren muss, sondern ich bin locker und entspannt. Und diejenigen, die dann, wenn die Richtige vor ihnen steht, immer noch rumjammern, das sind diejenigen, die als sie auf die Schnauze gefallen sind, angefangen haben zu sagen, oh, ich versuche es nicht mehr, es hat so weh getan, ich lasse es jetzt lieber. Du stehst am Scheideweg. Wirst du derjenige sein, der aufgrund deines Schmerzes, der vergangenen Erfahrungen sagt, ich probiere es gar nicht erst mehr oder wirst du derjenige, der sagt, hey, das sind alles nur Stepstones auf meinem Weg zum Erfolg. Eins hat zum anderen geführt. Das sind wichtige Erfahrungen, die ich gebraucht habe. Die hast du auch gebraucht. Wenn du immer noch nicht die eine gefunden hast, wenn du seit Jahren kein Sex hattest, dann hat das seinen Grund. Und der Grund ist nicht, dass du nicht gut genug bist. Der Grund ist nicht, dass du es nicht wert bist. Der Grund ist nicht, mein Lieber, dass die Welt sich gegen dich verschworen hat und dass du einfach nicht den sexuellen Marktwert hast. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass du dir weit noch nicht ins Gesicht geblickt hast, dass du eine große, einen großen, großen, großen Einfluss darauf hast, ob du eine Partnerin findest, ob du die richtige findest, ob du Sex hast oder nicht. Und wenn du gemerkt hast, dass du einen großen Einfluss darauf hast, kannst du auch endlich agieren. Und ja, es ist keine Reise, die die ganze Zeit von Blumen und von Sonnenuntergängen und mega schönen Momenten geprägt ist. Aber es kann eine sein, die immer wieder Sonnenstrahlen in dem Regen hat. Und wenn du die Sonnenstrahlen dann nicht siehst, weil du dich immer noch auf den Boden und die Regentropfen konzentrierst und du denkst, das ist alles so trüb hier, tja, dann wird halt der nächstbeste Kerl, der rechts von dir steht und aber sich in dem Moment traut, wird dann die Sonnenstrahlen sehen und sagen, oh cool und geht dann dahin und boom, hat er eine Freundin. Und derjenige bin ich. Das ist, was mich von anderen Typen unterscheidet, die die ganze Zeit gejammert haben. Und das ist auch, was mich von dem Assi und dem Arsch und dem Möchtigen Alpha unterscheidet. Und das ist auch, was dich unterscheiden kann. Das ist auch, was Dominik unterscheidet. Das ist, was alle von uns in der Flirtmasterclass bei den Flirtspezialisten unterscheidet. Wir haben nicht diesen Status Quo akzeptiert. Wir haben auch nicht den Hass, der immer näher an uns rankommt, wenn wir nicht handeln, akzeptiert als ein Teil von uns. Wir haben gesagt, boah, ich merke, ich merke schon, wie toxisch diese Umgebung für mich ist, dass andere Leute die ganze Zeit Erfolg haben und ich nicht und dass ich dann anfange, ausreden und Gründe zu suchen, die im Außen liegen und nicht bei mir. Das tut mir nicht gut. Darum muss ich dem Einhalt gebieten. Darum bin ich bei den Flirtspezialisten. Darum bin ich hier bei den Männern mit Herz und lasse mich hier unterstützen von dem Team von Andy Friday. Weil ich da keinen Bock drauf habe. Und, Alter, das sind die Helden. Das sind die Männer, die stolz auf sich sein können und die auch stolz auf sich sind. Und jedes Mal, wenn wir auf der Flirtmasterclass live diese Männer treffen und ihnen die Hand schütteln und ich mit denen feiere und sie das erste Mal auf Frauen zugehen, wie es viele Männer machen, jedes Mal, wenn wir uns in Frankfurt treffen für die Flirtmasterclass live, dann gehen viele von denen zum allerersten Mal in ihrem Leben auf Frauen zu, machen ihr ein Kompliment, haben Spaß mit ihnen, flirten und kommen zurück und strahlen über beide Backen und sagen, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht und sie hat mega positiv reagiert, Andi. Und da werden die so süchtig davon, dass die am Abend ja nochmal rausgehen und ganz oft dann ihren ersten Kuss haben oder ihr dieses Mal haben. Ja. Verrückt. Ja. Das heißt nicht, dass das jedem passiert, jedes Mal. Wir haben keine Erfolgsquote von 100 Prozent, aber weißt du, ich sag dir das, weil weder möchte ich ein unrealistisches Bild für dich darstellen, noch möchte ich, dass du so hyped bist, dass du dann enttäuscht bist, wenn es nicht sofort beim ersten Mal funktioniert. Es geht darum, dass du verstehst, es ist eine Reise und entlang der Reise wirst du belohnt. Es ist einfach so. Und manchmal hat man Glück und es passiert direkt am Anfang und manchmal hat man eben Glück entlang der Reise. Aber ist doch egal, weil in zehn Jahren wirst du zehn Jahre älter sein. Wenn du jetzt gerade 32 bist, dann wirst du in zehn Jahren 42 sein. Und du kannst jetzt entscheiden, werde ich mit 42 sagen, ja, ich bin jetzt 42, jetzt ist eh zu spät, oder wirst du derjenige sein, der sagen wird, ey, zum Glück habe ich vor zehn Jahren entschieden, dass es noch nicht zu spät war und genau deswegen habe ich jetzt zwei Kinder und bin super glücklich verliebt in meine Ehefrau. Du wirst sowieso 42 werden. Die zehn Jahre gehen eh vorbei. Ob du sie vorbeiziehen lässt und du jetzt nichts tust oder ob du sie vorbeiziehen lässt und du sie nutzt, das liegt bei dir. Handeln ist die Eigenschaft, die sexlose Männern von denjenigen unterscheidet, die eine Partnerin haben und von denjenigen unterscheidet, die Erfolg haben im Leben grundsätzlich. Ich habe einmal diese Geschichte erzählt, die hat nichts mit Sex zu tun, aber ich finde, dass es immer wieder im Leben Momente gibt, sogenannte Schlüsselmomente, die man ergreifen muss. Und manchmal merkst du sie und manchmal merkst du sie nicht. Ich bin sehr gut darin, diese Momente zu erkennen. Ich bin nicht der krasseste im Raum. Ich bin nicht der intelligenteste. Ich bin definitiv nicht derjenige, der alle Frauen kriegt. Aber ich erkenne Chancen und wenn ich sie erkenne, dann weiß ich, dass ich derjenige bin, der jetzt handeln kann, weil die meisten Menschen den Schwanz einziehen. Und da hast du den Vorteil. Alle haben Angst. Manche mehr, manche weniger. Aber gerade diejenigen, von denen du vielleicht manchmal mit Neid und Eifersucht auf sie blickst, weil sie schon eine Freundin haben, Partnerin haben oder immer wieder irgendwelche Frauengeschichten erleben, das sind die Männer mit den größten Problemen, auf Frauen zuzugehen, weil sie gerade dieses Selbstbild, dieses Ego unbedingt zu bewahren haben. Alter, das sind genau die Männer jedes Mal, wenn ich mit solchen Männern weggehe und ich habe sie im Coaching, da waren einige Männer, super reiche Männer, sehr erfolgreich im Leben, Immobilien, haben mehrere Millionen auf dem Konto und ich gehe mit denen weg und wir haben eine Coaching-Session und da ist eine hübsche Frau und die sagt, ja Mann, so eine Frau, wow. Dann sage ich, hey, unterhalte ich mit ihr. Komm, lass uns hingehen. Soll ich mitgehen? Ja, nee, 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 nee. Nee, das kann ich nicht. Okay, dann erzähl mal, wie machst du das sonst? Ja, das, ja, also, ja, und dann fängt er immer an zu Geschichten zu erzählen, wie er diese eine Frau hinbekommen hat und sie hat ihm schöne Augen gemacht und sie war eine Schwedin und was weiß ich und das ist immer wieder die ollen Kamellen, die sie dann auspacken, weil sie der Wahrheit nicht ins Gesicht blicken können, dass sie, wenn sie gefragt werden zu handeln, wenn es um Frauen geht, dann konzentrieren sie sich auf ihr Ego, dann konzentrieren sie sich auf ihre vergangenen Erfolge anstatt, dass sie, guck mal, alle deine vergangenen Erfolge sind komplett irrelevant. Jeder Moment ist ein neuer Moment. Du kannst dich nicht darauf ausruhen, dass du, ähm, vor drei Jahren, äh, bei, bei Caritas Geld gespendet hast. Super, geil gemacht. Hast du denn heute was Gutes getan? Hast du vor 20 Jahren eine Partnerin an deiner Seite gehabt? Wunderbar, warum bist du heute einsam? Das sind schöne Dinge, die, wenn wir dann zurückblicken auf unser Buch des Lebens, dann können wir solche Geschichten erzählen. Das ist mega geil. Schön. Aber, wenn du ab jetzt nur noch zurückblickst und nicht mehr neue Geschichten schreibst, dann ist das eine Verschwendung deiner zukünftigen Jahre und du wirst ungenutztes Potenzial auf der Strecke lassen für wunderschöne neue Geschichten. die du ab jetzt schreiben könntest. Toll, dass du schon in der Vergangenheit welche hattest. Aber lass uns neue schreiben. Lass uns nicht drauf ausruhen, dass wir solche hatten. Und diese Männer, die sonst so erfolgreich sind im Leben, wenn es dann um Frauen geht, dann ziehen sie den Schwanz ein. Wenn sie, wenn sie die Chance haben, auf eine Frau zuzugehen, die gerade in der Nähe ist, die wunderschön ist, dann denken sie nicht daran, wie cool es wäre, mit dieser Frau zu reden. Dann denken sie nicht daran, wie, ähm, schön diese Geschichte wäre, die sie jetzt schreiben könnten mit einer wildfremten Person. Nee, dann denken sie an ihr Selbstbild, gerade weil sie so viel erreicht haben im Leben. Dann denken sie, guck mal, ich bin jetzt statusmäßig hier, wenn ich jetzt vor ihr auf die Schnauze falle und mich blamiere, dann bin ich da, da unten. Das kann ich nicht, das geht nicht. Andy, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ja, ja, und deswegen hast du nicht die richtige gefunden. Deswegen hast du die ganze Zeit irgendwelche Frauen, die nur dein Geld wollen, weil du diese Frauen anziehst, weil du nicht die Eier in der Hose hast, auf Frauen zuzugehen, die eben selbstbewusst sind und die genauso wie du erfolgreich im Leben sind. Sondern du willst eher so, du bist halt ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Das ist wer du bist, mein lieber erfolgreicher, krasser Typ. Ich spreche jetzt mit einem ganz bestimmten Arten von Mann, der jetzt sich hier angesprochen werden darf. Okay? Du bist nicht derjenige, der sich traut, wenn es darauf ankommt. Okay? Dein Herz zu zeigen, bedeutet nicht nur in dem richtigen Moment, Geldbeutel zu zücken. Es bedeutet in dem Moment, wo du was verlieren könntest, dein Ego in Frage gestellt wird, dann auch dein Ego in Frage zu stellen und es zu riskieren, dass du dich blamierst, weil du daran glaubst, dass es das Richtige ist. Und das spüren wir alle, ob es das Richtige ist. Völlig egal, ob du beruflich erfolgreich bist oder nicht. Wir spüren, wann etwas das Richtige ist. Und da können wir uns alle unterscheiden. Da ist es völlig egal, ob du was, ob du Geld auf dem Konto hast oder nicht. Frauen achten auf andere Dinge. Sie achten darauf, an oberster Stelle, einfach vom ersten Impuls an, achten Frauen darauf, ob du Humor hast oder nicht. Das ist eines der wichtigsten Eigenschaften. Und warum? Weil Humor ist ein sehr guter Indikator dafür, dass du intelligent bist. Und Intelligenz ist ein extrem guter Indikator dafür, dass du in Zukunft für sie sorgen können wirst. Es geht nicht darum, dass du jetzt schon für sie sorgen können wirst. Weißt du, diese ganzen Männer, die über Beta und Alpha reden, die sagen, ja, Frauen wollen nur einen Provider und sowas, ist es nicht wahr. Frauen wollen sich in deiner Nähe sicher fühlen, gut fühlen. Und da gibt es verschiedene Dinge, die dazu führen und beitragen, dass sie sich sicher und gut in deiner Nähe fühlen. Dass sie lachen können, ist eine Sache. Dass sie sich geliebt fühlen, ist eine andere. Dass sie merken, dass du dir nicht auf der Nase rumtanzen lässt, ist eine weitere. Und dass sie spüren, dass du immer dafür sorgen wirst, dass deine Liebsten nicht zurückgelassen werden, ist eine der wichtigsten. Und wenn du witzig bist, wenn du was auf dem Kasten hast und dich Dinge traust, wenn du Risiken eingehst, dann ist es egal, ob du jetzt schon eine krasse Position im Job hast oder nicht, ob du irgendeinen dicken Schlitten fährst oder nicht, ob du ihr irgendwelche Gucci-Taschen kaufen könntest oder nicht. Sondern es ist wichtig, dass sie merkt, okay, dieser Mann, der hat einen eisernen Willen, der handelt, das ist sexy. Und er handelt nicht nur wie so ein Hornochse, sondern er hat auch noch Grips. Er bringt mich zum Lachen, er hat mich angesprochen, er hat gesehen, da hat jemand seine Hilfe benötigt, also ist er hingegangen. Alle anderen sind nur vorbeigelaufen und haben sich nicht getraut, weil sie gedacht haben, oh, das ist peinlich, der Typ ist obdachlos, da werde ich jetzt nichts machen. Nee, er hat es trotzdem gemacht. Dass du handelst in den Momenten, wo du gefragt wirst, ist ein Indikator dafür, dass du der Mann bist, der auch das bekommt, was er will. Nicht immer, aber immer öfter. Und wie oft hast du in letzter Zeit gehandelt, als du gefragt warst? Jetzt geht es echt darum, dass du ehrlich mit dir bist. Viele Männer werden sagen, ja gut, ich handel doch, ich habe einen stabilen Job. Neulich hat mein Freund mich gefragt, dass ich ihm beim Umzug helfe, da habe ich auch gehandelt. Ich mache doch schon genug, Andi. Okay. Als du die Frau im Supermarkt gesehen hast, hast du da gehandelt? Werden manche sagen, ja, nee, aber es war nicht der richtige Augenblick. Okay, dann hast du nicht gehandelt. Manche werden sagen, ja, habe ich, ich habe mit dir gesprochen. Sie hat sich auch nett mit mir unterhalten. Okay. Hast du sie gefragt, ob sie Single ist? Ja, nee, war nicht der richtige Augenblick. Also hast du nicht gehandelt. Dann werden manche sagen, ja, habe ich. Wir haben auch Nummern getauscht, aber sie antwortet nicht mehr. Dann werde ich sagen, hast du seitdem mit irgendeiner neuen Frau gesprochen oder versuchst du nach wie vor, diese eine Frau zu schreiben und du wunderst dich, warum sie nicht antwortet. Und du erzählst mir seit Wochen von dieser einen Frau, die anscheinend mal sagt, dass sie zu einem Treffen kommt und dann klappt es doch nicht und dann sagt sie wieder, ja, lass treffen, ich habe doch keine Zeit und du fragst dich, ja, klappt das jetzt mit ihr, klappt das nicht mit ihr? Hast du seitdem eine neue Frau kennengelernt? Nein? Okay, dann handelst du nicht. Handeln ist nicht einmal handeln und dann erledigt. Ist auch nicht so, als ob die Männer, die in einer Beziehung sind, nicht mehr handeln müssten. Auch ich muss um meine Beziehung nicht kämpfen, aber ich muss für meine Beziehung arbeiten. Heute Abend ist Date Night, jeden Mittwoch haben meine Partnerin und ich Date Night. Das haben wir eingeführt, weil wir gemerkt haben, dass wenn wir zusammen wohnen und nicht mehr dieses aufregende, hey, sehen wir uns heute Abend? Ja, cool, was werden wir alles Schönes machen? Weil wir das nicht mehr haben, weil wir uns sowieso jeden Abend sehen, weil wir zusammen wohnen, haben wir entschieden, hey, wir brauchen irgendwas, was uns eine Routine gibt für Dates. Etwas, worauf wir uns verlassen können, dass wir immer wieder neue, aufregende Sachen machen. Also haben wir ein Glas, wo wir immer auf Zettelchen aufschreiben, was so Date-Ideen sind und wir packen so Date-Ideen in dieses Glas und einmal in der Woche, am Sonntag, ziehen wir einen Zettel aus diesem Glas und das ist das Date, das wir dann am Mittwochabend machen. Und das ist Arbeit. Aber wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich nicht handeln, verstehst du? Es ist egal, ob du in einer Beziehung bist, nicht in einer Beziehung bist. Die Männer, die ihre Partnerin irgendwann verlieren in einer Beziehung, wo dann die Partnerin irgendwann sich ausklingt und sagt, ja, die Liebe war einfach irgendwann weg, das sind Männer, die aufgehört haben zu arbeiten, entweder an sich oder an der Beziehung und meistens an beidem. Die haben einfach aufgegeben, die haben sich dann, die haben ab einem bestimmten Punkt gedacht, na, jetzt habe ich sie ja, jetzt muss ich mir ja nicht mehr so viel den Arsch aufreißen, mir Mühe machen. So, jetzt habe ich doch die Katze im Sack, ist doch jetzt erledigt. Brauche ich nicht mehr zu flirten, brauche ich nicht mehr Gas zu geben, brauche ich nicht mehr mit anderen Menschen, brauche ich nicht mehr auszugehen oder meinen Freunden mich zu treffen oder mit anderen Frauen zu flirten, sondern jetzt habe ich sie doch, reicht doch. Und dann machen sie aber auch nichts mehr für diese eine Beziehung. Es ist völlig okay, wenn du dich auf eine Frau konzentrieren willst und du hast nur Augen für diese Frau, cool, aber ab wann gibst du diese Herzlichkeit der ersten Monate auf? Irgendwann ist es passiert und dann hast du sie verloren. Vielleicht war sie von Anfang an nicht die Richtige, weil sie dich nicht gewertschätzt hat. Kann auch sein. Aber dann musst du dich fragen, wieso habe ich mich auf eine Frau eingelassen, die eigentlich nicht wirklich Bock auf mich hatte. Ja gut, weil sie mir schöne Augen gemacht hat. Okay, aber hattest du dann wirklich die Wahl oder hast du sie nur genommen, weil sie die Einzige war, die dir schöne Augen gemacht hat? Aha, also hattest du keine Wahl. War nicht deine freie Entscheidung. Das ist eine Sache, die wir ändern müssen, Mann. Ja, Mann, Handeln ist so wichtig, weil also von nichts kommt halt nichts. Und du kannst halt die ganze Zeit rumtheoretisieren, du kannst dir die ganze Zeit irgendetwas herumspinnen, irgendwelche Ausreden einfallen lassen, warum dies und das gerade nicht geht. Du kannst keine Partnerin finden, du kannst gerade, du lernst zu wenig Frauen kennen, weil du ja in einem Dorf wohnst und nicht in der Stadt. Weil du gerade Schichtarbeit hast, weil du so viel arbeitest. Deswegen kannst du gerade irgendwie dann nicht auf Frauen zu gehen und so weiter. Es gibt immer irgendwas. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer in Anführungszeichen wichtiger. Ist es aber nicht. Weil das ist alles nur dein Ego, was dir sagt, das ist jetzt gerade, das ist gerade viel, viel dringender. So, kümmer dich erst mal um den, um den kleinen Scheiß hier. Kümmer dich erst mal um die kleinen Brände, anstatt um den großen Brand, um deine große Passion deines Lebens. Um auch deinen Wunsch, jemanden kennenzulernen, nicht mehr alleine aufzuwachen, jemanden zu haben, mit dem du jetzt vielleicht auch Weihnachten verbringen kannst. Und das ist nicht unrealistisch. Also, wir haben jetzt Mitte November. Es ist nicht unrealistisch, dass du innerhalb der nächsten Wochen jemanden findest, mit der du Weihnachten verbringen kannst. Ja. Das ist komplett realistisch. Ja. Das ist machbar. Aber dein Ego glaubt, weil das in den letzten, von mir aus jetzt bist du 42, in den letzten 42 Jahren nicht geklappt hat, ist es auch unmöglich, dass es jetzt klappt. Aber dein Ego hat halt, das greift halt nur auf vergangene Erfahrungen zurück. Und nennen wir das Kind beim Namen, die Erfahrungen, die du gemacht hast, waren aus Angst und waren scheiße. Die haben nicht dazu geführt, dass du die Lernerfahrung daraus resultieren lässt, dass du vielleicht mehr handeln sollst, dass du weniger auf deinen Kopf hörst. Dein Ego, unser aller Ego, ist richtig gut da drin, Gründe zu finden, warum wir noch mehr aus Ego hören sollten. Aber das führt halt genau zum selben Ergebnis wie gestern. Wir müssen neue Dinge machen. Wir müssen unsere Komfortzone erweitern. Wir müssen mutig sein. Wir dürfen auf unser Herz hören, damit wir neue Erfahrungen machen. Und du weißt halt nicht, was möglich ist, wenn du nicht die richtigen Erfahrungen machst, wenn du nicht handelst. Wenn du halt vor allem auch in der Form, oder wenn du glaubst, dass du handelst, weil du nach deinem Ego handelst und sagst, oh ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Frau gerade anzusprechen. Oder jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, nach ihrer Nummer zu fragen oder fragen, ob sie Single ist. Das gehört sich hier gerade nicht zwischen den Spaghetti und den Soßen. Das ist hier nicht richtig. Ich bezahle gerade erst und dann warte ich darauf, ob ich sie vor dem Supermarkt dann nochmal treffe. Ja, aber dann ist sie nicht da. Und woher willst du wissen, dass sie nicht darauf gewartet hat die ganze Zeit, dass du sie fragst? Aber es ist halt nicht ihre Aufgabe. Oder selbst wenn es auch ihre Aufgabe sein könnte und sie das auch machen könnte, was der Fall ist. Sie könnte das auch machen, aber sie hat vielleicht genauso Angst wie du. Deswegen mach du doch den ersten Schritt. Deswegen wag du dich doch da heraus und mach es dir zur Gewohnheit, zu handeln, auf dein Herz zu hören. Weil all diese blöden Gedanken, die wir haben von ich sollte das jetzt nicht tun, all die Ausreden, bla bla bla. Das ist alles eine Gewohnheit. Wir haben gewisse Gedanken und diese Gedanken produzieren Gefühle in uns und aufgrund dieser Gefühle handeln oder handeln wir nicht. Und aufgrund dieser Handlung oder Nichthandlung erstellen wir eine Gewohnheit, generieren wir oder kreieren wir eine Gewohnheit in uns. Und es ist halt jetzt vielleicht die Gewohnheit, eine hübsche Frau zu sehen und nicht hinzugehen. Das ist deine Gewohnheit. Du hast den Reiz, hübsche Frau und deine Reaktion ist, nicht hingehen, vielleicht sogar abhauen. Aber wie wäre es denn, wenn du das nächste Mal wenn du dir eine Gewohnheit kreierst von ich sehe eine hübsche Frau und geh hin und sprich mit ihr. Find mal heraus, wer sie ist. Und flirte mit Menschen generell und hab ein auch viel leichtherzigeres Leben und lern viel mehr Leute kennen. Also du weißt halt nicht, was möglich ist, wenn du immer das Gleiche machst. Dann sieht die Welt halt düster aus. Und dann reden wir uns natürlich ein, weil unser Ego gerne das macht halt, sich irgendwie das einzureden, das schön zu reden. dass es genau die richtige Handlung sei, weil es sich ja so wohl gut anfühlt. Es fühlt sich so gut an, irgendwie zu sagen, ja wenigstens bin ich kein Arsch. Ja wenigstens habe ich jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, bin ich über die Stränge geschlagen. Wenigstens bin ich nicht angeeckt. Wenigstens bin ich nicht so wie die anderen Typen. Okay. Musst du halt auch nicht sein, aber das bedeutet nicht, dass du gar nichts machst. so du musst halt nicht das andere extrem. Du musst halt nicht überkompensieren. Wie wäre es denn, wenn du den Mittelweg findest? Hinter mir habe ich immer noch seit Wochen einfach, weil es so aktuell ist. Ich benutze das so oft dieses Bild hier von diesem Dreieck, vom Opfer und Täter und dem Helden. Als Nice Guy, als schüchternder Typ bist du halt hier in der, ich zeige dir gerade, versuche da gerade so drauf zu zeigen. Unter anderem, also ich benutze das ständig für auch im Mindset Call. Als Nice Guy bist du halt so hier in der Opfer, Opferecke. Und als Arschloch bist du hier so in der Täterecke. Aber Opfer, Opfer und Täter, Nice Guy und Arschloch sind beide unsicher, haben beide die gleiche Unsicherheit. Das sind nur andere Ausprägungen, andere Art und Weisen, wie sie die Unsicherheit zeigen. Das Ziel ist, dass du aus der Unsicherheit raus transzendierst zum Helden. Wie Andi immer ganz gerne sagt, zum gütigen König. Zu dem Mann, der wirklich aus ganzem Herzen, also sein Herz quasi auf der Hand trägt oder wie man sagt und auf Augenhöhe oder auf Augenhöhe mit Menschen spricht, sein Herz auch auf der Zunge trägt und sagt, was er fühlt und damit natürlich auch aneckt. Du bist dann halt nicht, was ja dann die Täter Ecke dann sehr oft glaubt. Ja, wenn ich dann so herzlich spreche, dann glauben ja alle, dass ich verweichlich bin. Nee, absolut nicht. Wenn du wirklich aus ganzem Herzen handelst, dann setzt du ganz natürlich auch Grenzen und äckst an. Das ist eine komplett normale Entwicklung da drin. Und damit schaffst du ja auch mehr Vertrauen. Menschen können dir mehr vertrauen, weil du deine Meinung sprichst, weil du sagst, wer du bist und weil du sagst, weil du zeigst, deine Grenzen sind. Und das ist eben auch so faszinierend und interessant für Frauen. Deswegen ist ja auch erstmal so das Arschloch, der Täter in dem Dreieck, deswegen ist er ja auch erstmal so interessant, weil er erstmal alles ausspricht, weil er seine Grenzen setzt mit mit einem Hass da drin. Also mit einer Abkopplung von seinem Herzen noch mehr. Also weil er so verletzt ist, weil er so viel Unsicherheit in sich trägt, muss er zum Angriff übergehen, weil er sonst angegriffen wird. Das ist sein Glaubenssatz. Das denkt auch der Nice Guy. Er ist dann einfach nur nett, damit er, also seine Strategie ist, übernett zu sein, weil nette Menschen greifen wir nicht an. Deswegen ist er halt so doppelt nett zu allem. und sagt halt Ja und Amen zu allem und gibt dann klein bei und so weiter. Und was halt dann der Nice Guy macht, zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Bild hier, was der Nice Guy macht, der Unsichere, der, oder beide sind ja unsicher, aber der Zurückhaltende, der, wenn er eine hübsche Frau sieht und dann dann spricht er sie vielleicht an und dann fragt er nicht nach der Nummer, dann ist er vorsichtig, tappelt da ein wenig herum und so weiter und am Ende des Tages bekommt er nicht ihre Nummer. Das Arschloch spricht sie an und bekommt dann vielleicht ihre Nummer oder was auch immer, aber dann meldet sie sich nicht oder bekommt nicht ihre Nummer. Und was sagen dann viele? Das habe ich so oft gesehen. Was sagen dann viele von diesen Männern? Die beschimpfen dann die Frau oder sie tun so, als ob es ihnen halt nichts ausmacht, dass die Frau nicht geantwortet hat. Aber wenn ich halt schon so tun muss, wenn ich schon so tun muss, dann macht es mir ja was aus. Der Held, in diesem Beispiel, dem fällt das nicht auf, dass sie ihn nicht geantwortet hat, weil er hat für sich einfach eine gute Zeit und er lädt sie dazu ein, auch Zeit mit ihm zu verbringen. Das Leben für ihn ist wie eine Party und er spricht Einladung aus und ob du jetzt kommst zu der Party oder nicht, ist ihm völlig egal, weil die Party sowieso gut wird. Ist ja dein Verlust. Und das ist halt nicht mehr, also das ist jetzt ein übersetzter Gedanke. Dein Verlust. Es ist nicht so, als ob da irgendwie ein Runterschauen ist. Ja, dann ist halt dein Pech, wenn du nicht kommst. Nee. Nee. Es ist einfach ein Fakt. Weißt du, das ist der Unterschied. Wir haben jetzt neulich im Coaching auch wieder so eine sehr interessante Facette von Nice Guy Tum angesprochen. Einer unserer Teilnehmer hat einen Tick, den er jetzt schon extrem minimiert hat, aber der nach wie vor auch immer wieder sich zeigt. Und das ist zu lächeln, um zu zeigen, dass er keine Gefahr darstellt. Also es ist kein sympathisches Lächeln aus einer Entscheidung heraus, sondern es ist etwas, das kennst du bestimmt auch. Ich hab das auch früher gemacht. Es ist ein Lächeln, um zu zeigen, ich tue dir nichts. Ich sag dir irgendwas. Ja, ich werde vielleicht dir ein Beispiel geben. Ich geb dir ein Kompliment. Ich geb dir ein Kompliment das du da an hast. Da ist ein Lächeln, was danach kommt. Richtig schönes Kleid. Was nicht zeigt, dass du die Botschaft, die du sagst, mit Karacho sagst, weil sie wahr ist, sondern du sagst sie mit so angezogener Handbremse. Ich will dir was sagen, aber ich will auch nicht, dass du es falsch verstehst. Darum guck, 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 ich mein es auch ganz lieb. Ich tue dir nichts. Dieses Lächeln, das du forcierst, ist genauso inauthentisch wie der Möchtige, ein Alpha, Macho, der eben einen Spruch raushaut, um die Frau zu beeindrucken mit, hey, Puppe. Das ist genau dasselbe. Das ist das Gleiche. Unsicherheit. Ja, es ist die andere Seite der Medaille, aber es kommt aus derselben Unsicherheit aus. Richtig. Deswegen ist das Modell so relevant. Und wenn du jemandem ein Kompliment gibst und es ist einfach nur ein Fakt, genauso wie du die Einladung aussprichst, du sprichst, also wortwörtlich sogar eine Einladung zu einem Date aussprechen. Hey, am Mittwochabend, lass uns was trinken gehen, alternativ könnten wir am Samstag gehen, aber da kann ich nur zwei Stunden. Wenn du diese Einladung aussprichst, dann ist die einfach ein Fakt. Das ist kein, hey, wollen wir vielleicht, und du verkaufst das nicht, ja, wollen wir da hingehen? Und das wird bestimmt cool, ich mag dich auch. Nö. Es ist einfach ein Fakt. Es ist einfach, ja, und wenn sie nicht kommt, ja, dann kommt sie halt nicht. Ich werde trotzdem eine geile Zeit haben. Und genauso ist es auch ein Kompliment. Wenn ich einer Frau ein Kompliment mache, dann sage ich das meistens komplett trocken. Es ist einfach nur, boah, dieses Kleid steht dir mega gut. Ein ernster Gesichtsausdruck. Da ist nichts forciert. Da ist kein, boah, dieses Kleid steht dir mega gut. Das ist gespielt. Warum, warum muss ich so eine Show aufziehen? Warum muss ich da so dick auftragen? Das ist einfach ein Fakt. So wie, oh, die Suppe war ein bisschen zu sehr, zu viel Salz in der Suppe. Das ist kein, oh nein, die Suppe war mir aber viel zu versalzen. Nee, dann ziehen wir auch keine Show ab, wenn sowas passiert. Da sagen wir einfach, oh, da ist ein bisschen zu viel Salz in der Suppe. Einfach so ein Fakt, Statement. Und genauso ist es auch einfach ein Fakt und Statement, dass sie wunderschön ist. Du, die Wahrheit ist, du bist wunderschön. Kein Wunder, dass all diese Männer sich nach dir umdrehen. Du lebst in einer Welt, in der seit Jahren Männer die ganze Zeit, wenn sie mit dir reden, was von dir wollen. Aber Fakt ist, wenn ich mit dir spreche, klar, ich kann es nicht verneinen, dass du wunderschön bist. Du bist eine intelligente Frau, die sehr viel zu bieten hat. Aber es sind halt auch andere Sachen wichtig. Deswegen haben wir uns auch so viel über unsere Werte unterhalten, weil das ist, wonach ich wirklich Ausschau halte. Und dann rede ich so trocken mit einer Frau und zeige ihr dadurch, dass sie mich halt mit ihrem Aussehen nicht sofort gecatcht hat. Und dass ich dann, oh, ich darf sie auf keinen Fall verlieren. Sie sieht so toll aus. Nö. Aussehen, ja klar, schönes Aussehen ist schön, aber es ist auch einfach nur ein Fakt. Ein Fakt wie viele Sachen. Es ist ein Fakt, dass sie schön aussieht. Das kann ich ihr auch sagen. Kann mir dieses Kompliment, kann ihr dieses Kompliment komplett trocken und ehrlich geben. Und das möchte ich gerne mehr von dir sehen. Dass wenn du einer Frau ein Kompliment machst, dass du dann nichts von ihr zurück brauchst, dass du nicht versuchst, dich zu schützen vor einer möglichen Reaktion, die negativ sein könnte, sondern du sprichst es aus wie, oh, Salami. Oh, ich mag Salami. That's it. Fakt. Pizza. Ich mag Pizza. Oh, du bist echt wunderschön. Fakt. Trocken. Davon wird sie erstaunt sein, dass du eben nicht versuchst, sie zu überzeugen. Ja, wie du gesagt hast, Dominik, Einladung aussprechen, das sind einfach nur trockene Fakten. Du wirst trotzdem eine gute Zeit haben. Und das ist auch eine sehr gute Überleitung, denn wir haben auch eine Einladung an dich. Und wir werden auch da eine gute Zeit haben und du darfst auch gerne dabei sein, wenn du auch die gute Zeit haben möchtest. Wenn du nämlich auch vielleicht das erste Mal in deinem Leben eine Frau ansprechen möchtest, auch unter der Beobachtung von Coaches, von Männern, die das seit über zehn Jahren machen, dann haben wir etwas ganz Besonderes für dich, denn du findest jetzt, vielleicht geht jetzt auch ein I auf oder sowas, auch in der Beschreibung, findest du den Link andyfriday.de slash live und da kommst du die Einladung von uns, auch an der nächsten FMC live dabei zu sein. FMC steht für Flirt Masterclass live, das ist unser Live-Event, was wir mit unseren Teilnehmern abhalten und auch entsprechend dich dann auch dazu einladen und wir haben jetzt einen ganz besonderen Deal da für dich. Vielleicht kannst du den, Andi, vielleicht kannst du den Deal gerade auch nochmal den Männern mitgeben. Nur für Podcast-Hörer, nur für euch und das ist ein besonderer Black Friday Deal, 85% runtergesetzter Preis. Der Ticketpreis ist 1997 Euro, aber für euch 85% reduziert, das heißt nur 290 Euro. Einmalig jetzt vom 22. bis zum 24. November und dieser Termin wird stattfinden mit oder ohne dich. Genauso wie das Date, das du der Frau aussprechen kannst. Ich werde eh eine gute Zeit haben. Das ist genau die Botschaft, die wir dir versuchen in allem, wie wir mit dir kommunizieren, wie wir mit Frauen kommunizieren, wie ich mit meiner Frau kommuniziere, wie ich auf Dates kommuniziere, die du genauso annehmen kannst. Weißt du, das ist auch der Grund, warum wir von so vielen Männern gefeiert werden und warum wir so viele positive Bewertungen und glückliche Storys haben und Erfahrungsberichten. Diese Jungs, die hinter mir auf den ganzen Fotos zu sehen sind, die glücklich mit ihrer Partnerin oder mit ihrer Affäre oder mit ihrer neuen Lebenspartnerin abgebildet sind und die uns gesagt haben, ja bitte, drück das Foto aus und häng es hinter dich, Andi, es wäre mir eine Ehre. Das sind Männer, die verstanden haben, dass wir hier nichts versuchen, dir schmackhaft zu machen, dich irgendwie versuchen, um den Finger zu wickeln. Es sind Fakten. Dieses Coaching funktioniert. Fakt. Komm zu FMC Live. Hol dir dieses Ticket. Es wird sich lohnen. Es wird sich extrem lohnen. Da werden so viele Männer sein, die du dort antreffen wirst, die genauso wie du einen Beitrag für die Welt leisten möchten, die eben nicht Assis sind. Männer mit Herz, die ihr Herz aber an der richtigen Stelle haben, die nicht versuchen, mit dieser Angst umzugehen, indem sie sich zurückziehen, sondern die sagen, ich werde trotz der Angst handeln. Eben weil ich ein Mann mit Herz bin, ist es meine Pflicht zu handeln, weil zu viele der Arschlöcher handeln schon längst und wenn genügend böse Menschen handeln und gute Menschen sich zurückhalten, gewinnen die Bösen und das werde ich nicht akzeptieren. Also ist meine Pflicht, was zu tun, weil ansonsten sieht die Welt düster aus und das ist, was wir in der FMC Live machen. Wir unterstützen dich in dem, was du sowieso schon die ganze Zeit machen willst. Auf Frauen zugehen, leichtherzig sein, den Kopf ausschalten, lachen, flirten, spaß haben, in die Tiefe gehen und das mit einer Gemeinschaft an Jungs, die genauso wie du, also da entstehen Freundschaften fürs Leben, ich sag's dir. Jedes Mal lernen sich Männer bei uns kennen, die bleiben befreundet, weil das echt tiefgründige Freundschaften sind. Nicht oberflächliche Sachen. Ich hab neulich mit einem Mann geredet, der war in seinen 40ern, hat gesagt, ich bin jetzt in eine neue Stadt gezogen, es ist ultraschwer, in dem Alter neue Freunde zu finden und ich hab das oft gehört. Ich bin jetzt in dem Alter, wo es echt schwer ist, Freundschaften zu schließen, weil die meisten Menschen, die kennen sich schon aus der Schulzeit und die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Bullshit! Du kannst auch in deinen 50ern noch richtig tiefgründige Freundschaften schließen. Du musst nur dorthin gehen, wo andere sind, die genau dasselbe wollen wie du. Und das ist zum Beispiel die FMC Live. Da haben sich Männer kennengelernt, die sind, ich meine, wir machen das Ganze ja jetzt schon seit ein paar Wimpernschlägen. Wir machen das seit über 10 Jahren. Da sind Männer dabei, die haben sich vor 5 Jahren kennengelernt und treffen sich immer noch, sind die besten Freunde. Der Gerald, der hier super viele Freunde gewonnen hat durch die FMC. Der Kevin, der bei seinem Geburtstag dieses Jahr, das war sein 30. und da waren irgendwie was, 19 Mann aus der FMC oder so. Amazing! Irgendwas zwischen 16 und 20. Ich kriege die genauen Zahlen nicht mehr hin. Also unglaublich krass, was für tiefe Freundschaften dort entstehen können, weil wir alle gleich ticken. Abgesehen von dem mega effektiven Leitfaden, den du dort lernst, auf Frauen zuzugehen und eben authentisch deine Seite so zu zeigen, dass Frauen auch Lust darauf haben, mehr von dir zu erfahren. Ja, mach mit. Das wird geil. Das ist nicht einfach nur irgend so ein Seminar, wo du dich hinsetzt und dann dich berieseln lässt und dann werden dir ein paar Leute auf der Bühne irgendwas erzählen, sondern da wird was gemacht. Da wäre selber kein Bock drauf. Nee, eben nicht. Das ist ein praktischer Workshop. Da sind Sachen dabei, die wirst du so noch nie gehört haben. Da sind Sachen dabei, die wirst du auch so noch nie gemacht haben. Und das ist das Geile, weil wir dich da zum Handeln bringen und nicht einfach nur zum Zuhören. Podcast, mega cool, wenn er dir was bringt, wenn du in die Handlung gekommen bist. Wunderbar, freut mich. Mega cool. Lass es uns wissen. Schreib uns in den Kommentaren, wenn dir der Podcast was bringt. Selbst wenn du nicht zu FMC Live kommen kannst oder kommen möchtest oder du schon vergeben bist. Alles gut. Aber hey, sag es uns. Lass uns teilhaben an deinen Erfolgen. Es ist auch gut, dass du es erzählst. Wir haben das jetzt in der vorletzten Folge gesehen. Da haben so viele Männer in den Kommentaren geschrieben, worauf sie stolz sind auf sich selber. Das hat uns so gefreut, Dominik, oder? So viel geile Story, so viele geile Sachen, was Männer da geschrieben haben. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Das hat mich so happy gemacht, das zu lesen. Und davon wollen wir mehr hören. Das ist, was uns antreibt, diesen Podcast zu machen. Es sind genau diese Erfolge. Hier. Ich gehe mal hier auf Video und gehe mal hier in die Kommentare. Das habe ich nicht geplant gehabt. Deswegen dauert es gerade ein paar Sekunden. Hier. Ja. Alter, der Mann ist auf einer Reise. Das ist geil. Vielen, Dominik, Andi und Dominik für dieses tolle Video und die Gedanken darin. Nach etwas Überwindung nun zehn Dinge, die ich an mir mag, toll finde. Meine Stimme. Ich bin intelligent und gebildet. Offenheit für Neues. Komischen Parteien gehe ich nicht auf den Leim. Talent für Reisen. Mein Sinn für Ästhetik. Dass ich meine Finanzen im Griff habe. meine Körpergröße. Dass ich regelmäßig lese und mich weiterbilde. Meine Ernährung und dass ich abstinent lebe. Viele Grüße. Den Mann habe ich dann noch gefragt. Mit abstinent meinst du ohne Alkohol? Ich finde das mega geil, was du sagst. Ja, genau. Ich trinke seit fast einem Jahr keinen Alkohol mehr und mir geht es damit sehr gut. Super cool. Mit euch will ich in Kontakt stehen. Weißt du, ihr seid diejenigen, die mich anfeuern, hier das zu machen seit all diesen Jahren. Ich finde mich toll. Ich finde auch, dass ich ein attraktiver Mann bin und auf mich Acht gebe. Ich weiß, dass ich noch etwas an mir arbeiten muss. Aber vertraue auf den Prozess. Sehr gut, Daniel. Welchen ich noch vor mir habe. Ich will die beste Version meiner selbst sein. Stark. So werden Gewinner gemacht. Also schreib in die Kommentare, was dich zum Gewinner macht. Wieso du handeln möchtest. Was du erreichen willst mit deinem Ziel. Du bist es wert, mein Freund. Du bist es wert. Und ich möchte mehr davon sehen, dass du dir selber dieses Zugeständnis machst, dass du es wert bist. Lass uns wissen. Schreib wieder in die Kommentare. Sag uns, was du diese Woche Neues getan hast oder Altes getan hast. Auch Altes ist gut und bewährt, wenn du immer wieder Sachen machst, um dich zu verbessern, um der Mann zu werden, der schon in dir gesteckt hat, als du geboren wurdest, aber der du immer noch nicht bist, weil du auf die Angst gehört hast in der Vergangenheit. Schluss damit. Lass uns nicht auf die Angst hören. Lass uns Gas geben. Wir freuen uns darauf, dich entweder hier in den Kommentaren zu sehen oder auf der FMC Live. Geh auf andyfriday.de slash live und hol dir dort dein Ticket mit einem 85% Rabatt. Richtig krasser Rabatt, den machen wir hier nur für euch. Und für diejenigen, die diese Podcast-Folge gucken, schon nach dem 24. November, da gibt es noch einen weiteren Link, andyfriday.de slash Liste. Trag dich ein für die nächste FMC Live, die irgendwann mal wieder sein wird, nächstes Jahr. Erst nächstes Jahr, die machen wir nicht so häufig. Und dann sehen wir uns 2025 auf der FMC Live. Also tag dich ein, damit du benachrichtigt wirst und du einst ein Ticket bekommst im Frühbucher Rabatt-Zeitraum. Mein Lieber. Handel. Mach was. Daraus werden Gewinner gemacht. Weniger nachdenken, mehr handeln. Bleib gesund, fahr vorsichtig, damit du deiner Umwelt und deiner Nachwelt und den Menschen um dich herum noch sehr lange ein Mann mit Herz sein kannst, der auch effektiv viel erreicht für diese Menschen. Mach vorsichtig. Und wir sehen uns nächste Woche auf der FMC Live. Genau. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.